Hallo zusammen! Es gibt einige sehr wichtige Wasserstrahlen auf dem zweiten Fluss. Na ja, dieser Fluss ist ziemlich weg. Es gibt einige Fenster, und auch Wasserversorgung. Ja. In die Zimmer kann ich überhaupt nicht rein. Stuff only, die kann ich auch nicht rein. Super. Blasse 1a. Versigelte Tür. Hier bin ich. Was ist? Die Halle auf der zweiten Fluss ist geschlossen. Die Tür zu der West Wing ist geschlossen. Ihr Vater begann renovations. Aber er hat nicht den Bank Loan bekommen und hat zu stoppen. Leinart ist an der Ende des Halles. Sein Mann-Cave. Das bedeutet etwas für Sie? Ich versuchte so hart, um zu vergessen, über diese Halle zu vergessen. Insofern, der West Wing ist ziemlich weg, nach all dieser Zeit, ohne Fenster. Hallo? Du bist da? Du hast immer eine Antwort auf alles. Was meinst du? Was meinst du? Was meinst du? Was meinst du? Was meinst du von mir? Ich verstehe nicht, Nicole. Du kennst dich, wie die Fluss auf die Fluss. Du kennst dich, wo zu finden. Du kennst dich, wo zu finden. Du kennst dich, wo zu finden. Du kennst dich, meine Geschichte und die Hotel. Du kennst dich, meine Familie und die Hotel. Es geht um zu FEMA, um die Supply zu isolieren. Wie die Timberline. Ich bin da da mit dem Truck alle Monate seitdem ich bin. Ist etwas falsch? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was du kennst und was du nicht kennst. Welche Unterschied macht es? Nichts. Ich... Ich bin sorry, dass ich dich erschöpfe. Niemand kann mich erschöpfen. Ich hätte besser die Inspektion machen können. Checkliste. Erlicht. 5. 28. 12. 89. Ok. Ist auch ein schönes Bett. Mit gewisser Wind. Mit gewisser Wind? Mit gewisser Wind? Mit gewisser Wind? Interessante Geräusche. Der Gericht hat auch was. Telefon? Ja? Hallo? Wer ist das? Äh... Wer du bist oder ich habe nicht verstanden? Wer in der Hölle bist du? Rachel ist noch da. Nicht ein Hotel verkaufen. Ist das eine Schalte? Wer ist das? Nicht etwas schlusses. Äh... Du wirst das Lame-Ass-Joke bezahlen. Ich habe ein Telefon, ein Telefon. Ich spreche mit FEMA und ich werde sie den Sheriff nennen. Okay. Okay. Rachel soll noch hier im Hotel sein? Äh... Männerhöhle. Was? Ich bin keine Zehn mehr. Ich habe ein anderes Problem. Ein geheimer Verehrer. Keine Ahnung. Ein geheimer Verehrer. Keine Ahnung. Ich bin keine Zehn mehr. Ich bin keine Zehn mehr. Ich werde jemanden machen. Ich werde jemanden machen. Ich wusste nicht, dass FEMA eine FBI-Auffassung hat. In diesen Bereichen, Zeit passiert in eine andere Weise. Einige Geschichten sehen, wie sie vergessen wurden. Aber eigentlich, sie einfach sinken. Sink. Down? Wie ein Teile in einer Karte. Was meinst du? Das klingt kreppig. Die Frau der Todes. Rachel. Es war der Grunde von schrecklichen Events, und jetzt ist es jemanden der Obsehensweise. Sie sprechen von jemanden in particular? Sie Todes. Die Frau der Todesfamilie, die alle auf die Leute sahen. Sie und Rachel. Ihr Vater, McGrath, der Genie astrophysikist. Und Rachels Vater, der aufstehende Reverend Foster. Known all over the county. Heh. Nicht so etwas, das hier leicht zu vergessen. Wisst ihr, was ich denke? Sie können gehen und verletzt werden. Jeder von ihnen. Ich weiß, was wir durch. Keiner anderen. Verletzt sie! Okay. Tag 3. 1. 2. 3. 1. 2. Hey, Cutie Pie. Daddy? Nicole, es ist Irving. Oh, Entschuldigung. Ich muss schlafen. Ich habe nicht so gedacht, seit ich ein Kind war. Du hast einen schweren Tag gestern. Ich denke, ich habe einen Traum. So? Leonard, vielleicht. Okay. Ich brauche, dass du aufhörst. Wollte ich mich? Der Wind brachte ein paar Power-Line. Da sind alle schlafen. Oh, ich wundere, warum das mir nicht beherrscht. Der elektrische Generator könnte gut gehen. Ich mag nicht die Idee, dass du da auf deinem eigenen in der Nacht bist. Wir müssen etwas machen. Mein elektrische Know-Haus ist etwas limited. Es ist okay. Ich kann dich auf der Erkrankung. Wenn wir ihn aktivieren, dann wird dir selbstverständlich sein. Was da happened? Es ist zu einfach. Wo ist die Hitsch? Es gibt zwei manchen, um zu kommen. Direkt durch die Gärage-Side-Door. Oder aus dem Boden. Aber? Die Gärage-Side-Door ist fest. Du musst durch die Gärage-Side-Belle durch den gesamten Gebäude und aufbauen. Die Gärage-Side-Belle durch die Gärage-Side. Wenn die Kraft rauskommt, dann wird dir komplett in der Nacht. Alles klar. Was muss ich machen? In der Gärage-Sidee in deinem Vater. Und sehen, ob du nichts für die Gärage hast. Oh, auf mein Weg. Oh. Yep. Schm dukst? Ich bin so, ein Bild. Ich habe ein Polaroid. Oh, ein Bild. Anfänglich? Ein Bild? Anfänglich? Ein Bild. Es sieht wie es funktioniert. Wollen Sie eine Gärageformel zu machen? Nein, du morgon. Ich dachte, um die Flasche zu nutzen. Es wäre Schmutz. Ein Bild? Kann du versuchen. Ich frage ich werfen. Belonged to? Leonard, maybe? Some client probably left it. You can't imagine what people leave in hotels. Oh, I could tell you about the rubber friend that Mr. Rochford's widow left here in 82. Mayor Linden's kids and I used it as a miniature Indian totem pole for the whole summer. It was a huge scandal. Oh, Jesus. Oh, yep. Anyway, the Polaroid's better than nothing. But the light from the flash could come in handy. Okay, now we have to go where? Ah, the personnel area, first step. Okay. Wo ist der Personalbereich? Ah. Museum. Ah. Ah, the personnel room. Also the personnel area. Interessante Geräusche. Ist das von hier aus? Oder? Um. 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 Unstuffed. Ja, hier ist auch so eine Tür. Okay. Offensichtlich nicht. Okay. Master Suite. Mal kurz gucken hier. Was ist jetzt da oben? Electric Room. misst das hier so und gehen wir mal darüber die augen eines mörders interessanter titel hey okay almost there i think the lights are getting worse you need to move fast on the same floor of your apartment in the staff area there's a small storeroom your father asked us several times to fix the lock fingers crossed it's still broken that's where the access to the crawl space is the crawl space i totally forgotten that remember where to go no but i do remember the panels were really hard to open i wasn't allowed to go in there what happens when i get to the closet you'll have to go down to the breaker box and switch it on all right doesn't sound like rocket science hurry up please you suck at reassuring people okay ich bin schon im zweiten stock oh jetzt muss ich wieder ah stuff only ich bin schon richtig ich ich bin 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 ich immer mehr ich bin ich ja es dürfte öfters blitzen einmal hier geht's hoch Tür zur Zwischendecke Taschenlampe Nehmer melden da ist wohl nischt nett ok shit what's wrong your prophecy came true the power went out it's completely dark pitch black okay stay calm can you see the bundle of cables above your head anyway there should be some cables along that yeah I know what a bundle is okay okay easy does it all you need to do is follow them and you'll get to the generator room don't go any other way otherwise who knows where you'll end up perfect I got the flashlight sorta I got my breadcrumb trail more like my cable trail whatever I can do it all right yep easy das ist immer wieder schön hit da okay ah ja das ist die Garageie Halt Hebel hört sich schon mal gut an Strom läuft warum ist da noch rot muss ich noch irgendwas machen irgendwas stimmt im Notstromagrikatraum nicht ich sollte das überprüfen okay was stimmt hier nicht red doll Lippenstift what's up hi I want to ask you something okay go ahead how long is the hotel been closed about four years yeah from 89 I mean did anyone think about doing a thorough clean of the basement don't know probably pretty rushed why I found something another Polaroid a lipstick Ha Hat er eine Erklärung dafür? Ich weiß nicht, es hat, ne oder zehn Jahre. Es ist ein strange, jemand sollte 10 Jahre warten und eine Lippe zu eröffnen, um es zu benutzen, nicht wahr? Warum sagtest du mir das, Nicole? Willst du es bemerken mit dem Generator? Verrückt, eine Lippe hier ist völlig aus dem Platz. Nicole, es ist nur eine andere Dinge, die Kunden vergessen. Ähm, ein Lippenstift im Generatorraum vergessen. Bestimmt nicht von deinem Gast. Tag 4. Hinter uns steht noch Tag 4. Steht Day 4.